und mit dabei ist der übliche klan anhang tüss elli und mein schatz wir haben leider keine eigenen keine keine freunde außer unsere freundinnen deswegen müssen die dann spielen der hängt schon wieder schoko croissants hinten dran aber wir fliegen zum mars zum mon in den pool in den pool ich hab's richtig kommen sie er ist unsere persönliche hure schweig schwing mal der ars hier oh ja Er ist mal nach hinten drin. Er ist mal nach hinten drin. Ich seh' ich erstmal nach vorne. Es sieht so geil aus von dir. Was ist denn so scheiße? Ey drück mal LB, du musst jetzt mal ein bisschen mehr zu uns drehen. Ich hab ne gute Gesicht. Du kannst also bei dem man nicht alleine tanzen, ne? Vielleicht tanzen wir. Hast du eh gedrückt? Ja. Das klingt so scheiße. Was ist das? Was ist das? Schade. Hä? Digga! Und gleich besoffen tanzen oder was? Aber wir müssen noch nicht besoffen, wir müssen noch eitrinken. Ich bin schon gut besoffen. Ich nicht. Bei mir fängt es jetzt auch langsam an, so kursch. Bei mir ist gar nichts. Ist das ein Scheiß ey. Jetzt. Max, ich hab dir gerade einen Arsch erfasst. Okay, ich schenk nur ein Glas ein. Wer will das? Okay, ich trinke selber. Max, schreibst du mal Auto? Was ist ein anderes Wort für Wagen? Auto? Rennwagen. 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 Ne ist falsch. Aber was ist mit Rennwagen? Schadenfreude. Lapp mich einfach rein, mach ruhig. Wenn, dann bin ich echt im Ass. Habe ich den Fallschirm? Ne, hab ich mal wieder nicht. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Max? Was ist los Chris? Wie kriege ich denn jetzt das Fenster hier gewechselt? Gewechselt auf German? Ja, ne? Na, du gehst jetzt auf Spiel auf naaaach. Ja, da haben wir es wieder. Ähm. Das musst du so machen. Du klickst unten links auf den Windows-Button. Ja. Da steht dann herunterfahren. Machst dein PC aus und schmeißt noch Santa. Achso. Das nervt. Ich habe irgendeine komische Leiche unter meinem Rad zu kleben. Ekelhaft. Das Geräusch. Und plump. Klingt jetzt, wenn du gerade kacken warst und das Ding ins Klo gefallen hast. Genauso. Ich guck mal, ich kann vorher wenigstens. Du bist jetzt halt so richtig gay, alter. Cool. Naja, dann sah es scheiße aus. Oh. Siehst scheiße aus. Boom. Boom. Boom Gmbh. Boom Gmbh. Boom Gmbh. Boom Gmbh. Boom Gmbh. Dann müssen wir uns warten bis sich Lester meldet. Wollen wir einen Attentat machen? Attentat? Was ist denn das? Warte mal. Klo weit, Schuss. Voll kacke. Boom Gmbh. Jens. Boom Gmbh. ich finde das so geil gewaltverherrlichung so klingt es wenn man in chris in der wagen einfährt hallo jemand zu hause jemand hier hallo ich bin nur der kochmann das ist mir scheißegal was du bist ich bin nicht auf der suche nach neuen freunden ok doch nicht tschau